Mit einem abrupten Ende des eingespielten Songs, putzelt auch der Izzy plötzlich rein, genau 30 Sekunden gefühlt nach Aufnahmenbeginn. Hallo Izzy. Hallo. Äh, ja, äh, dann auch noch von mir ein Hallo und herzlich Willkommen zu Minecraft, ähm, ich hoffe euch geht's gut. Ich hab noch neben dem Izzy den lieben Dominik, der da vorne ein Riesenloch vor seiner Hütte hat. Na, sag Hallo. Nein. Einfach nein, okay. Wieso nicht? Gut, ähm, lieber Izzy, ich lade dich jetzt nun ein, ja? Du bist fast pünktlich, aber nur fast. Ja, ne, guck mal, ich muss nur aufgreifen. Vision und Pünktlichkeit. Ja, gell, Izzy. Ich dachte, du bist deutsch. Ohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho Wir mussten sowieso aufnehmen, da die letzte Folge bei mir schon über den Bildschirm geflimmert ist, beziehungsweise über eure Bildschirme. Und, ähm, dann wollen wir mal, sie müsste eigentlich hier spawnen. Ja, guck mal, da ist er. Da ist sie, nicht er. Ja, sie. Ja, komm, komm, wir müssen unser Gerüstungsritual machen. Ah, nee, warte, andersrum. Nein, er ist mir abgefallen. Gut, ähm, Izzy, woraus wollen wir denn unser, äh, Bauenhaus? Unser Haus bauen? Ja, ich würde sagen Holz. Holz? Aber du weißt doch, unser Imperator, der liebe Dominik, ja, äh, will doch immer uns abfackeln. Ja, dann nimm den Stein. Ne, nimm den Nether. Ich sag' euch trotzdem mal. Ich bleib du mitbekommen. Wie, äh, nochmal, nochmal, bitte. Ich sag' euch, nimm den Nether. Nether? Nether. Ja, aber wir haben Monster. Ansonsten wär' ich, äh, in den Nether mit dir reingegangen, ja. Wär' jetzt zwar ein bisschen dunkel geworden, aber. Ja, oder aus, äh, Pflasterstein. Mensch, wie ich beim letzten Mal begrüßt zu werden, kannst du nicht, Tobi. Oder aus Pflasterstein. Oder so. Ich muss kurz Spotify schließen. So. Ähm. Ja, entweder Pflasterstein oder halt ein Dings, ne? Steinziegel. Ne, mit Pflasterstein, oder? Pflasterstein ist so, in diesem Textgepack nicht so gut, find' ich. Lass' uns das doch als Birkenholz machen. Also, die, äh, als Birkenholzbrettern und, äh, ja, Eiche oder dunkle Eiche als, äh, Dings. Oder, ähm, wir machen's ganz modern und wir verwenden halt Stein. Also so, äh, Pflasterstein. Könnten wir aber auch machen. Also Steinziegel, weißt du? Und dann mit Holz und so weiter. Okay. Also, wir haben hier die Riesenfläche, gell? Was wir raus machen, ist ja unsere Sache dann. Gut, dann würd' ich sagen, du gehst die, ähm, Birkenholzbretter besorgen, ne? Und ich besorg' ein, äh, ja, ein paar Steinziegel. Damit wir unseren Haus fertig bauen können. Damit wir, äh, ich muss hier noch den Aufgang fertig bauen, genau. Das wollte ich auch noch gemacht haben. Äh, ne, damit wir unsere, ähm, Reisefortsetzung. Und so starten können. Weil wir hatten ja gesagt gehabt, dass wir in der Aufnahme-Session, ähm, zu unseren Nachbarn wollen, wenn wir welche finden. Aber vorher mach' ich mal kurz hier die Tiere. Wirkenholzbretter besorgen. Wie bitte? Wirkenholzbretter besorgen. Ja. Ja. Gut, du hast Nachverachtung gezeugt, deswegen kannst du dich umbringen. Oh, du hattest Sex. Jetzt müsst du sterben. Komm, Katja, gerade seitdem wird ich fast jeden Tag von ihrem Arzt zu, äh, zu hören. Oh, der war gemein. Ja. Oh. Ähm. Dam, 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 dam. Übrigens haben halt im Play Store für uns auch, ähm, die Instant-Button-App wieder entdeckt. Die ist ja wieder drin. Und deswegen, äh, eben das Song-Button. Oh, aber es ist noch Internet-Zugang. Damals hast du noch Clearstone. Hat denn zuvölligerweise Tintensäcke? Der, ähm, der liebe Izzy ist ein alter Sack, ja. 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 Ja, so alt bist du nicht. Bist bestimmt jung und wunderhörig, Izzy. Ja. Ich habe auch Izzy, äh, ich schreibe vorhin so mit Izzy, ne? Ich schreibe so, ja, dann bist gleich, gell? Äh, mit zum Herzchen, ne? Kommst so zurück, jo, bis gleich. Das ist ein typischer Mann, so. Ja, mach mal, ja. Das ist ein typischer Mann, Tobi. Ja, wie jeder, wie du schon immer sagtest, in allen meinen Let's Play Folgen, äh, ist egal, welches Minecraft Let's Play es war, ähm, dass ich ja schwul bin. So, und dann muss ich ja auch irgendwie schwul rüberkommen, oder? Ja. Spucken. So oft trocken. So oft trocken. Damit wir halt die, äh, Clearstone's backen können, gell? Eigentlich. Deswegen sagen wir, ich mal ein bisschen Kohle. Äh, ich hab noch in meinem Inventar genug. Achso, du hast du letztens noch erst Kohle mitgebracht, gell? Mit den Diamanten, die plötzlich in meiner Hosentasche gewandelt sind. Weil ich glaub, ich gesagt hab, gib mir die mal, dann kannst du Werkzeuge daraus bauen. Hab ich sogar als Videobeweis auf meinem Kanal. Ähm, Izzy, hast du denn auch schon Aufnahme gestartet? Nö. Aber ich, äh, fang jetzt, äh, ab Montag an mit Dark Souls. Nice. Ja, kannst ja schon mal Minecraft mit aufnehmen. Obwohl, ich weiß nicht, so ein Quietsche, so ein Quietsche-Spiel wie, ähm, was heißt das Quietsche-Spiel? Also so ein Spiel für Kinder von, äh, so in dem Sinne Minecraft, ne? Und, ja, das andere Spiel, Dark Souls, was sehr düster ist. Ah, nee, weißt du, so ein Kong zum Beispiel spielt auf einmal Fallout oder so, ja? Und, äh, und spielt Minecraft. Das passt auch irgendwie nicht, findet er nach dies. Hä, wieso? Ja, es ist doch auch kleine Kinder dabei, die das dann sehen, ja? Also. Ach, daher kommen die ganzen Bombenpläne im Internet. Oh, 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 oh. Weißt du, Sklavenhandel, gell, wird ja mittlerweile vom, äh, ich weiß nicht, ob der IS das macht, aber allgemein, so Sklavenhandel wird bestimmt heutzutage auch moderner. Mittlerweile kannst du Sklaven auf Ebay wahrscheinlich kaufen. Oh, 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 oh. Dass ich dafür, für meine Videos noch keine Hates bekomme, gell, ist wirklich ein Segen Gottes. Das ist der Grund, wenn man, keine, auch, das passiert nur, wenn man, äh, sehr, sehr viele Aufrufe hat, um Hate zu kassieren. Also, warte noch ab. Bist du? Ja, vielleicht, ja? Das war ja voll krass. Weißt du, würde er gerne einen Mutterspruch raushauen bei dir, Domek? Ja, das Problem ist einfach, selbst deine Mutter würde mich auslachen. Ich dachte schon, die ganze Menschheit aus, ja. Ja, das hatten wir eben schon in der Gruppe. Hast du das eigentlich gelesen, was ich zu Leo geschrieben hab? Oh, fuck. Natürlich. Notgeiler, du. Ja, ja. Du bist wie so ein zwölfjähriger COD-Spieler. Das muss man sagen. Ähm, ich hab mich mit einer aus, äh, einer WhatsApp-Gruppe unterhalten. Und hab dann zu ihr gesagt, äh, weil sie meinte, sie sei in der Wanne gewesen, ähm, hab ich zu ihr gesagt, sie sollte doch bitte das nicht mehr in ihre Snaps reinposten, ne? Sie ist jetzt schließlich keine Katja Krasavitsch. Ähm, sonst würde ich wieder mehr Tempos brauchen. Daher meinte Domek gerade, ist ein Notgeil. Wobei das alles halt ein Scherz war. Mal ein bisschen kurz unten in die Kästchen gepläutert. Gepläutert vor allem. Ich merke schon wieder, mein Deutsch ist am Start. Oder im Ziel. Ich bin mir da nicht super sicher. Ähm. Herr Dome, übrigens, ich hab mir ja von deiner Folge angeguckt, gell? Und, ähm, mir ist dabei aufgefallen, dass du mich tatsächlich nicht mit Eiern, sondern mit Schneebellen beworfen hast. Macht das einen Unterschied? Ich weiß es nicht. Tja, beim einen bin ich umgekommen, beim anderen nicht. Saß ich mir unkommentiert. Der Stall wird langsam eng. Scheiß drauf. Wenn ich schlafe. Oh. Das passiert jede Aufnahme. Dein fucking Ernst. Ich hoffe, du warst im Bett schlafen, ne? Äh, noch bist du hier. Wo bist du? Waren wir noch nicht? Ah, war nur Isi. Ah, okay. Wie geht's? Isi ist irgendwie unser Prügelknase. Du warst nicht so aufgetaucht, ist Person. Weißt du? Ich hab, ich hab nicht nachgezählt, gell? Aber ich hab, äh, fast, ich muss ja meine Videos gucken, damit ich weiß, wie ich sie benennen soll, gell? Und mir ist dabei auch gefallen, dass du in fast jeder, circa jede zweite Folge draufgegangen bist, wenn einer von uns beiden, oder von einem Skelett, der schossen wurde. Ich hab, ich hab ein Isi mit nem Boog auf Isi mit nem Boog geschossen. Ja. Ich schläfst übrigens in Isis Bett, Tobi. Ah, deswegen kriegt's hier so noch Fisch. Was? Domi, wieso hast du hier denn das eingerahmt? Nein, nein, nein! Nee, komm, Isi. Ähm, irgend, du hast das Bett, glaub ich, eingesammelt. Na toll! Jetzt können wir be- Jetzt hast du beide Betten eingesammelt. Jetzt. Mir wird's bald. Jetzt kriegt es auch nicht hin, Spitz, ja. Ja, ja, ja. Scheiße. 8 8 ja jetzt guckt der war hin ja oktober hat das bett eingesammelt ja, nein, ich hab das bett nicht eingesammelt war doch nicht so schwer so easy zieh mal deine Kleidung an hm währenddessen geh ich mal hoch das ist ja ein guter folgenstart, alter hm 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 so, ne, kraftig aus dem restlichen Stein gerade mal noch ein paar Öfen Entweder ist meine AXP oder das Kletter einfach so wiegt, dass es... Warte, oh my god Drei Öfen, okay Drei Öfen, okay hm 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 egal, komm nee ach egal, komm wer holt sich da gerade eine runter? izi ja hier sind Kinder anwesend ok okay eh sie macht gerade äh sackweit hüpfen mit äh nico zusammen hm 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 und sind haben